Paolo Cannavaro ist ein italienischer Fußballspieler. Karriere Er spielt auf der Position des Innenverteidigers. Er ist der jüngere Bruder von Italiens Weltmeisterkapitän Fabio Cannavaro. Seit 2006 spielt Paolo Cannavaro in der Serie A beim SSC Neapel wie einst sein Bruder. Cannavaro kam in diversen italienischen Jugendmannschaften regelmäßig zum Einsatz. In der italienischen U21-Nationalmannschaft war er von 2002 bis 2004 als Stammspieler gesetzt und kam zu 18 Länderspielen ohne Torerfolg. Für die Squadra Asura wurde er bisher einmal in den Kader berufen. Kam beim Länderspiel am 17. Oktober 2007 gegen Südafrika unter Roberto Donadoni allerdings nicht zum Einsatz. Sonstiges Im Dezember 2012 wurde er aufgrund seiner Beteiligung am italienischen Wettskandal der Saison 2011 zwölftel wegen der Unterschlagung einer Meldung zur Spielmanipulation für sechs Monate gesperrt. Nach der Berufungsverhandlung im Januar 2013 wurde das Urteil jedoch wieder aufgehoben. Erfolge Italienischer Pokalsieger U21-Nationalmannschaften Erfolge Direktionsrischen Erfolge